Welche Bedeutung hat denn der Kiosk ihr Raumweltpreis? Es ist auch in der Wirtschaft zum klaren Kenntnis gekommen, dass sie Zukunft eine grüne Technologie braucht. Eine Technologie, die mit weniger Energie auskommt, die mit weniger natürlichen Ressourcen auskommt. Eine Technologie, die nachhaltig ist, auch im Sinne ihrer sozialen Verantwortung. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Botschaft immer tiefer in die Wirtschaft eindringt, nachgewiesen wird, dass die hier in den Niveau handeln und in diese Richtung forschen und umsetzen, auch ökonomische Vorteile haben. Und diese auszuzeichnen praktisch als ein Beispielsfall dafür, dass das gelingt, ist eine außerordentlich wichtige und notwendige Tätigkeit. Ein Unternehmen wie Kiochera hatte breite Forschungserfahrungen, weiß, dass man im Markt nur bestehen kann, wenn man Preiswürdigkeit mit anderen gesellschaftlich verpflichtenden Aufgaben verbindet. Insofern ist es eine Glaubwürdigkeit auch damit verbunden. Vielen Dank. Vielen Dank.